Herzlich Willkommen zurück, Freunde! Freilach der 13e mit Toto und Alex! Hi! Hallo! Welche Map spielen wir? Ich bin Blairkauf, Spawn. Gute Frage. Blairkauf. Na, ich bin Blairkauf. Alex, wo bist du? Ich bin hier auf der anderen Seite vom See. Ich bin Harry. Ganz unten im Süden, meinst du was? Ja. Das ist Blairkauf. Ah, okay. Dann sind wir ähnlich gespawnt. Ich habe jetzt zwei Leute neben mir. Ich habe das Telefon hier. Ich habe das Telefon hier. Oh, okay. Telefon auf Funkgerät. Wo ist das? Ne, das Telefon. Ganz rechts. Da, wo ich drin bin. In der Mitte. Ach so. Wenn du jetzt da nach Norden schaust, links vom Lagerfeuer oder was? Bist du gerade raus aus dem Haus? Ja, links vom Lagerfeuer. Bist du gerade raus aus dem Haus? Nein. Okay, dann ist das das Haus. Weil ich bin an der Straße runter, das vorletzte Haus. Okay, das heißt. Ähm. Die eine hatte meinen Pulli. Also du wärst ja wirklich gewarnt, wenn einer den Pulli hat. Ach, hat's bei dir auch? Übrigens. Die hatte den und hat den nicht benutzt. Neu. Der Pulli ist nördlich von hier, von Blair Cove, Alex. Also ich hatte mir schon überlegt, wenn ich nochmal Jason spielen sollte, lege ich eine Bärenfalle einfach in mein Haus. Mh. Kriegst du das mit? Was? Ob wenn die ausgelöst ist? Ja. Ja, ne, aber er kriegt halt... Ach, kriegt man mit, wenn er auch die Bärenfalle rauskommt? Kriegst du's mit? Du hast ja Hobi letztens Kunde dran erwischt. Wie er beim Viersitz bei den internen Runden. Ja, guck mal. Dann ist das doch mega gut. Dann weißt du, wenn einer in deinem Haus ist. Mh. Legst du die Bärenfalle? Okay. Also wir haben das Telefon hier, aber keine Sicherung. Ja, wir müssen die Sicherung finden. Hast du das restliche Haus durchgesucht? Ich hab alles durchgesucht, ja. Dann müssen wir die anderen Häuser. Und hoffen, dass die Deppen, die hier in der Nähe waren, die Sicherung mitgenommen haben. Sehen wir das vielleicht auch auf der... Ach, ich hab keine mehr. Ja, weil es sind jetzt zwei andere Leute, die haben bei uns gespawnt. Das war das Problem. Ja. Die haben mir die Häuser durchsucht. Guys, ihr hört mich? Alex, mach mir die Fenster auf. Achso, hab ich vergessen. Hallo. I have a mic, ähm, walkie-talkie. I'm not near to you. Vielleicht gilt eigentlich? Mh. Versteh halt leider nicht, was der sagen will. Der spricht zwar Englisch, Alter, in dem... In Russen-Englisch. ...komischen Akzent, den ich je gehört hab, ey. Alex, komm komm, komm komm sonst kurz mal mit, die zeigt, wo hier das... die Hütte ist. Von ihm oder wat? Ist natürlich okay, ja. Nee, ich will die nicht wissen, wo die ist. Hm? Keine... Das bringt zu wenig, der Ding. Ich bin am... ich bin am Jarvis Mikro Dings. Ich ruf Jarvis. Er ist bei mir. Oder bei mir. Ja, er ist auf jeden Fall bei uns. Ja, er ist an der Tür. 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 Oh fuck. Mit einem Boot? Der liegt ne Bären. Er liegt ne Falle hier in. So, ich bin insane. Ah shit. Wir kommen nicht mehr raus, ne? We don't buy anything. Thank you. It's me Star hat den Pizzas. And Chicken Nuggets. You want one? Okay, er will keiner. Lass ihn reinkommen und ich versuche ihn zu stunnen mit dem Daisy, okay? Ich hab ne Dings, ne? Ne Flair. Ja, ja. Ne, lass mich zuerst probieren. Wenn er mich im Ding hat, im Griff hat, dann schießt er mit der Flair. Ich weiß nicht, ob das geht. Geht das? Ich hab auch noch ein Taschenmesser. Notfalls. Ich hab leider keins. Aber wir müssen hier halt warten. Aber solange er hier ist, Jason ist camping us. You can still repair the cars. Er weiß nicht, wo das Boot ist. Er will wissen, wo das Boot ist. Er hat keine Map. Boot ist komplett im Süßen. Der kommt jetzt rein. Der Boot ist in Blair Cove. Der Boot ist in Blair Cove. Der Boot ist in Blair Cove, in der Süd. Er schießt nur wenn er dich hat, ne? Mhm. In, in der Süd. Blair Cove. Warte auf, ich kann schnell rein. Ja, ja, kommt das Schiff rein. Ah, er hat mich. Schießt, schießt mich. Danke. Okay. Rein, 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 rein. I don't have a map as well. Taushal told me. Oh fuck. He said in the South. Nothing more in Blair Cove. Behind the Bridge. Und left. All right. Warum bist du in die Bärenfalle rein? Ja, weil ich sie nicht gesehen habe. Ich schaffe ihn noch. Aber Hauptsache du hast gesehen, dass ich, dass die... Geh hinter mir, hinter mir. Er kommt wieder mit, 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 ähm... Someone has died. I'm near the, ähm... A boat. Someone has died. Yeah, repair something. I'm going to... Damn it! Just die! Raus, 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 Alex. Raus. Ne, überleben wir das nicht. Ne, ne, ne. Run! Geht ihr euch gerade beide? Ja, der kann nicht überhaupt. Ja, der verforst uns total gerade. Ja, ich hab eben schon zweimal... Wir haben uns schon zweimal Stunt und alles dann zweimal aufkaut. Er ist weg. Er ist weg. Hat irgendwer einen Heatspray? Ne. Er hat sich weggeportet. Dude, have you's Heatspray? Das Boot ist bereit. Das Boot ist bereit. Nur zwei Leute. Don't tell Jason, das Boot ist bereit. Jason, das Boot ist bereit? No. Just a joke, man. Jason schlägt auf. Ich hör's nicht. Das ist auch geil, oder? Hey, Leute. Ehm... Nur eine kann stromben. Nein, wir können auch zu zweit fahren, wenn wir ihn... Ich versuche zu zweit. Du, die Leute, kann nicht zu zweit sein. Without me. The boat can only take two people. Jetzt hat er einen. The boat can only take two people. Yes. But Jason is coming. Ich komme nicht weg, Leute. Ja, Jason ist gut hier. Jason ist hier unten bei uns. Der campt hier auch komplett. Also... Wir können zum Boot. Wir können zum Boot. Ich weiß nicht, wo das Boot ist, leider. No. Goddammit, Guys. Ja, komm. Andalo, lass uns das Boot. Er kommt jetzt gerade. Er ist auf dem Boot. Rennen Sie zum Boot? Willst du zum Boot rennen, Tautau? Ja, ich muss. Ich bin hier fast tot. Renn zum Boot, ich bin auch da. Wir hauen ab. Ist er bei euch, ja? Wenn's ums Überleben geht, macht jeder alles. Tut mir echt leid, meine Freunde. Das ist echt ne blöde Situation. Ich renne einfach weg. Komm, Tautau. Ja, statt an, statt an. Tautau, komm. Statt ab. Ich bin hier auf. Ich bin hier auf. Ich bin hier auf. Oh, er hilft uns. Danke, du, dude. Danke, du. Komm, Tautau. Er ist voll der nette Dude. Es tut mir so leid. Aber ich muss nur helfen gerade? Ja, er legt ihn ab. Du musst dich hin, Tautau. Wir haben hier auf. Roten Bojen. Roten Bojen, ja. Er ist mega der nette Dude. Run, run. Du bist hier. Du bist immer in unsere Erinnerungen. Ich hätte, ich hätte, es wäre lustiger, wenn er sich aufgeregt hätte. Ja, das wäre wirklich lustiger gewesen. Jetzt ist er voll der nette Dude. Ist er schon tot? Ja, der war nett. Also, keine Ahnung. Er lebt noch. Ich wollte einfach das Boot stehlen und ihn ragen sehen. Aber nein. Er sagt, ja, haut ab. Ich lenke ihn ab. Ja, aber ganz ehrlich. Der Killer ist aber auch nicht richtig gut. Weil ich und Alex haben insgesamt drei Mal gestunt. Ja. Nee, ich habe ihn nur einmal gestunt. Ja, ja. Ja, du hast einen einmal gestunt. Ich habe einmal, nein, zwei Mal gestunt und dreimal abkaut. Sagt man. Echt? Der ist eigentlich unser Nobusama, unser Jarvis. Hat er eigentlich die Rifle aus dem Dingens geholt? Ich glaube nicht, oder? Soll ich mal hingehen? Tommi hat die Rifle. Ja, Tommi spawnt mit Rifle. Aber im Higgins Haus muss ja die andere Rifle doch sein. Ich gehe da mal hin. Möglich. Oh nein, die Flairtaffer fehlt leider. Ach, schade. Er ist noch unterwegs oder was? Ja. Er kämpft immer noch mit dem. Das ist ja Spoiler eigentlich, wenn wir es so sagen. Na egal. Achso, ja klar, stimmt. Das hatten wir ja gesagt, machen wir nicht. Aber die Runden sind auch ein bisschen unterschiedlich zu denen, die wir mit den TT intern machen. Oh, Kamin rein. Ja. Oh, ein Kaminmord. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Das sah doch richtig geil aus. Oh, fuck. Hier sind ja alle. Hm? Die sind in dem Haus und alle. Ja, da muss noch die Rifle. Ich gucke, ob ich die gerade sehen kann bei einem. Ich sag, die ist unten in dem Raum. Die ist in dem Raum. Nee, unten im Kaminzus. Nein, unten im Kaminzus. Nein, unten im Kaminzus. Nein, unten im Kaminzus. Da geradeaus die Tür, Alex. Ah, ja, 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 im Trophäenraum. Nee, hat sie. Guck mal. Oder? Nein. Hier ist sie links jetzt. Genau, da ist sie. Da ist sie, ja. Sehr gut. Da ist auch noch Benzin. Loi. Okay, jetzt sind wir eh tot. Die Tussi soll das Ding einbauen und dann soll sie das Gas holen. Soll ich sie retten oder soll ich sie sterben lassen? What? Das ist ein Deutscher. Hat verfehlt. Du hast gehittet und jetzt renn. Nimm das Gas mit. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Wir haben eh keinen Schlüssel. Ich bin auch noch der Letzte. Bleib still. Ich will nicht der Letzte sein. Knie, knie dich hin und du aussah. Wer zieht ihr die denn nicht? Ich kann ihnen eh nicht mehr helfen. Er hängt in der Bärenfalle, die am Motor war. Das hast du auch gemacht, Alex. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Motor und Beifahrerseite mach ich immer. Warum nicht Fahrerseite? Doch, Fahrerseite. Du hast Beifahrer gesagt. Ja, aber Fahrerseite kennst du mit der Animation von Einsteigen. Sicher? Komme ich eigentlich noch irgendwie weg jetzt? Was machen wir denn noch? Also Dalo ist die Bärenfalle an der Fahrertür übergangen, indem er in die Animation gegangen ist. In die Einstieganimation. Du müsstest ein Auto reparieren. Ich weiß gar nicht, wie es mit den anderen Autos aussieht gerade. Es ist nix. Es gibt nur ein Boot oder Auto. Es ist keine Battery, kein Gas, kein nichts. Es ist nix gemacht. Also ich schaff das nicht. Ja, dann halt die doofe Sicherung wieder suchen. Die hat halt wieder keiner gefunden. Oder jemand gefunden und ist damit abgekaut. Wenn das zu Jasons Hütte gehen. Wo ist die? Wisst ihr das? Das könnt ihr mal spoilern. Ich hab keine Map. Über die Brücke. Also du musst Richtung Friedhof. Alex. Ich hab keine Map. Ja, am besten jetzt über die Brücke. Okay. Dann sehen wir ein bisschen die Map mal. So. Hier wurde ich von Kunden ran letzte Folge. Vorletzte Folge übelst lange. Oh fuck. Wow. So. Gut gedodged. Ich hab keine Auslau. Schock weiter. Schock weiter. Schock. Der ist schneller als ich. Scheiße. Help me. Guys. Oh my god. What happened? Komm es da noch rein? Die Tür war noch zu. Ja. Nimm den Damage. Oh. Die fliegende Bärenfalle. Mir liegt ne Leiche. Ja. Er hat Rage an. Ah scheiße. Das war das falsche Fenster. Oh ja. Nimm die Bärenfalle noch. Stirb. Oh. Schnell raus. Raus 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 raus. Oh ich kann nicht mehr rennen. Ich bin. Ah. Ich bin tot. Zum nächsten Fenster. Hello. Rein. Ah nein. Vergiss es. Mal gucken wie lange ich das jetzt machen kann. Was machen die anderen da rein? Er wartet noch. Oh. Das lebt nun mit der Runde. Oh. Schneller. Oh. Oh es bricht ab. Das wüsste ich nicht. Ja ja. Er bricht die komplett an. Das ist aber auch wichtig. Ich hab bis draußen jetzt wieder. Schade. Echt nur noch Jarvis? Was mit dem anderen passiert? Wir haben überlebt und der Rest ist tot. Mhm. Wo ist denn der andere? Ach der ist da auch noch unterwegs. Ach der sieht aber auch nicht mehr gut aus. Mhm. Wer sucht nen Heelsbreaker hab ich. Ja. Er hat ne Bratpfanne gefunden. Nimm mal hin. Also der Basic geht am besten um Jason zu stunnen. Oh ich hatte kurz. Also mit Media Attack Jason zu stunnen. Als Stunnen eignen sie am besten der Basic. Jetzt müsste er mal die Kaya Cracker kommen. Er hat Rage an. Läu. Das war nicht gut geworfen oder? Doch doch. Das reicht. Er müsste jetzt aber links laufen jetzt im Haus. Warum will er hingehen? Ah ist zu weit weg. Hm. Er hat links. Dann laufen sie mit zur linken Hütte. Hä? Er läuft zum links vom Haus. PTF. Er hat ihn outplayed. Hahahaha. Auch nicht schlecht. Hahahaha. Das ist ja geil. Ja wahrscheinlich hat er kurz seinen Sands nicht ready gehabt. Und hat halt auf der S-Pretikte. Ja. Da kommst du nicht rein mein Freund. Jetzt hat er gar keinen Sands ready. Ja man muss ja nicht sein dass er einen sieht. Er beruhigt sich wahrscheinlich langsam. Jetzt sieht er ihn aber wenn er rennt. Wo ist er denn hin? Er hat es immer noch nicht gecheckt wo ich sehe. Er sucht oben die Häuser ab. Stimmt der rennt ja immer hin. Hä? WTF. Muss er dann schleichen am besten. Ja. Er könnte das Auto noch fertig machen oder? Hm. Batterie ist drin. Wenn er Schlüsseln hat. Schlüsseln und Benzin muss er nach hinten. Benzin steht ja hier links drin. Benzin ist im Haus. Ja. Aber er weiß das nicht. Na er sucht die Schlüssel. Ja weil er oben ist. Oben war glaube ich noch niemand oder? Man sieht alles aus. Aus. Ist alles gesucht. Hm. Gleich kommt man auf die Idee das in den mittleren Schrauben statt unten. Oh oh. Ja. Jetzt die falsche Musik. Nicht Jason. Er wartet es einfach 5 Minuten ab. Kann man machen aber er weiß halt nicht das es noch 5 Minuten sind. Das ist das Problem. Bei 2 Minuten klickst du den Timer oder? Ja genau. Richtig. Wie viel Zeit war bei uns gerade eigentlich noch Alex? Äh. Ich weiß es halt nicht. Oh er hat ein Heatspray. Jetzt wird es nochmal interessant. Er hat ein Heatspray. Er kann wieder rennen. Er hat sie gerade Messer aus dem Haus. Die Runde hat der eine gewonnen durch Zeit sogar dieser Schnelli sogar. Nein als ich Killer war habe ich dich als letztes gejagt. Da waren glaube ich noch 6 Minuten oder so. Oh als hätte ich einfach warten können. Ja du hast halt die Firecracker gewonnen aber mehr. Klar oder du bist. Achso. Wie vorher die Firecracker waren. Wie Alex der einzige lebende war waren es 11 Minuten. Und dann ähm. Bei 7 Minuten hat sie ja Alex verraten. Der Scorpion Deathrock. Wrestling Names. Nein ich habe weggesetzt. Ah jetzt bin ich noch da. Aua. Aua. Davon stört man noch nicht. War trotzdem eine schicke Runde Leute. Schaut bei allen vorbei. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Mit Feuer der 13. Bis dahin macht's gut. Ciao.